Apple dürfte in ziemlich genau sechs Monaten neue iPhones vorstellen und ich weiß, es ist noch ein bisschen früh, aber wie in den letzten Jahren gibt es bereits zahlreiche Gerüchte und Hinweise, die uns ein ganz gutes Bild von den neuen iPhones, in diesem Fall vom iPhone 16 Pro, liefern. Ich möchte die heute mit euch zusammenfassen und habe mir fünf Highlights herausgesucht, die Apple voraussichtlich im Herbst vermarkten wird. Bedenkt, es sind Gerüchte, ordnet das Ganze also eher als Unterhaltung für euch persönlich ein und ich wünsche euch jetzt einfach viel Spaß mit dem Video und lasst mich dann auch gerne unter diesem Video wissen, was eure persönliche Meinung zu diesen Neuerungen von Apple ist. Und wir fangen direkt mit der ersten großen Neuerung oder Veränderung in diesem Jahr an, denn es wird voraussichtlich zwei komplett neue Größen bei den Pro-Modellen und auch nur bei den Pro-Modellen geben, denn wir sprechen angeblich über 6,3 und 6,9 Zoll. Bedeutet, von den bisher 6,1 und 6,7 Zoll wird es ein Stück größer. Darüber werden sich einige freuen, aber der ein oder andere könnte vielleicht auch an seine Grenze stoßen, wenn es um die Größe des iPhones geht. Es ist übrigens auch von der Rede, dass es nicht ganz 6,3 und 6,9 Zoll werden, sondern dass Apple so ein kleines bisschen aufrundet bei den Zahlen, aber wovon man ausgehen kann in diesem Jahr, und das gilt auch relativ sicher, denn das behaupten mittlerweile mehrere Quellen, ist, dass wir größere Pro-Modelle im Herbst sehen werden. Und die zweite große Neuerung ist angeblich ein komplett neuer Knopf auf dem Rahmen des iPhones. Apple hat sich ja schon im letzten Jahr vom Mute-Switch getrennt und hat den Action-Button eingeführt, den man frei belegen kann, wie man das Ganze möchte. In diesem Jahr soll es einen komplett neuen Knopf geben, einen sogenannten Kameraknopf. Der bringt mehrere Funktionen mit. In erster Linie bedeutet es, dass, wenn man die Kamera-App gestartet hat, durch ein leichtes Drücken das Foto oder das Video ein bisschen fokussieren kann und durch ein festes Drücken wird das Ganze dann ausgelöst oder eben das Video entsprechend gestartet. Kennt man so von einer ganz normalen Kamera, kennt man auch teilweise schon von anderen Android-Smartphones. Die Xperia-Reihe ist da zum Beispiel sehr populär. Die hat das seit einigen Jahren schon auf dem Gehäuse. Es ist nicht unbedingt notwendig, dass man jetzt noch einen weiteren Knopf auf dem Gehäuse einführt, aber ich persönlich, der viele Fotos und Videos mit dem iPhone macht, finde diesen Schritt gar nicht mal so schlecht. Und wir bleiben bei der Kamera, denn da soll sich in diesem Jahr natürlich auch wieder ein bisschen was tun. Die Kamera ist ja mittlerweile mit der wichtigste Faktor bei einem neuen Smartphone. Und da heißt es, dass wir einen neuen und deutlich größeren Sensor für die Hauptkamera bekommen werden. Bedeutet mehr Licht, bessere Fotos, vor allem auch bei schlechtem Licht, weniger Bildrauschen, größerer Sensor. Ich glaube, da muss ich nicht viel dazu sagen. Die relativ schlechte Nachricht dazu ist, dass es nur beim Pro Max Modell wahrscheinlich den neuen Sensor geben wird und dass das kleinere Pro Modell nochmal den aktuellen Sensor aus letztem Jahr benutzt und dann wahrscheinlich erst das Jahr darauf den neuen und besseren Sensor bekommt. Also, dass Apple weiterhin Pro und Max Modelle ein bisschen voneinander unterscheidet. Dafür soll es beim kompakten Pro Modell in diesem Jahr, also beim iPhone 16 Pro, endlich die Tetra Prisma Zoom Kamera geben, die Apple letztes Jahr mit dem Pro Max eingeführt hat. Darauf freue ich mich persönlich, ehrlich gesagt sehr. Und dann bekommt noch eine weitere Kamera, der Triple Camera, ein Upgrade, denn die Ultraweitwinkelkamera soll angeblich auch einen neuen Sensor bekommen. Und da steht jetzt ebenfalls der Schritt zu 48 Megapixel an. Und falls ihr euch jetzt fragt, Hauptsensor mit 48 Megapixel, Ultraweit mit 48 Megapixel, was ist mit dem Zoom? Nun, Apple wäre nicht Apple, wenn man sich das Ganze nicht schön aufsprachen würde. Dieser Schritt soll erst nächstes Jahr entstehen. Neues Jahr, neuer Chip. In diesem Jahr steht das A18 Lineup an. Warum A18 Lineup? Letztes Jahr gab es noch den alten Chip im normalen iPhone und den A17 Pro für die Pro Modelle. In diesem Jahr soll es einen A18 und A18 Pro geben. Die iPhone, das iPhone 16 Pro und Pro Max werden dann natürlich den A18 Pro bekommen. Es bleibt noch beim 3-Nanometer-Verfahren vom TSMC, welches Apple letztes Jahr eingeführt hat, also das modernste und beste Verfahren von TSMC, allerdings in einer optimierten und verbesserten Version. Was das genau bedeutet für die Performance, ist aktuell schwer abzuschätzen. Ich würde aber mal behaupten, mit Blick auf die letzten zwei bis drei Jahre, dass das vollkommen egal ist. Wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, ich habe mir beim A17 Pro ein bisschen mehr davon erhofft. Ich hoffe, dass der Fokus in diesem Jahr mal wieder ein bisschen mehr auf der Effizienz liegen wird und dass wir dadurch vielleicht auch eine etwas bessere Akkulaufzeit bei den Pro Modellen sehen werden. Apple führte letztes Jahr ein überarbeitetes und ein frisches Design ein, entschied sich für einen Titanrahmen statt Edelstattrahmen und etwas weichere Übergänge. Das wird in diesem Jahr angeblich so bleiben. Auch die Dynamic Island bleibt noch mal ein weiteres Jahr erhalten. Aber damit das Design trotz der neuen Größen ein bisschen frischer wird, gibt es dann natürlich neue Farben, die neue Kunden auch anloggen sollen oder alte Kunden dazu animieren sollen, ein neues iPhone zu kaufen. Und da steht im Raum, dass wir ein Desert Titanium und ein Titanium Grey bekommen werden. Das sind angeblich die zwei neuen Farben für das Line-Up in diesem Jahr, in diesem Herbst. Es ist unklar, welche Farben sie ersetzen. Da kann ich auch nur spekulieren. Mit Blick auf die Farben, auf die Tatsache, dass wir so ein bisschen so ein Gelbton und ein Grau bekommen, könnte ich mir gut vorstellen, dass Apple Natur, also Titan Natur und Titan Schwarz, vielleicht auch Titan Blau, ein bisschen unsicher aus dem Portfolio nehmen wird. Also das wären die zwei Farben, die ich jetzt persönlich austauschen würde. Ich glaube, das normale weiße Version bleibt auf jeden Fall erhalten. Also das soll dann ebenfalls natürlich noch mal die Nachfolge ein bisschen ankurbeln. Und da müssen wir natürlich auch mal schauen, ob es vielleicht noch mal eine weitere Farbe im Frühjahr darauf gibt. Aber ich gehe davon aus, dass wir im Herbst zunächst wieder vier Farben zum Marktstart sehen werden. Früher gab es alle zwei Jahre ein großes Upgrade beim iPhone und im Jahr darauf folgte dann meistens das sogenannte S-Jahr. Das gibt es nicht mehr. Apple springt jedes Jahr mit der Versionsnummer einen Schritt nach oben. Und so würden wir natürlich auch in diesem Jahr das iPhone 16 Pro sehen und kein iPhone 15 S Pro. Aber ich würde mal behaupten, dass es so ein S-Jahr in diesem Jahr ist. Letztes Jahr gab es USB-C, ein Action-Button, neues Design, Titan und Co. In diesem Jahr gibt es ein bisschen weniger. Ich bezeichne das immer gerne als Feinschliff. Und im nächsten Jahr werden wir dann wahrscheinlich wieder einen etwas größeren Schritt sehen mit Face ID unter dem Display und anderen Neuerungen, bevor dann im Jahr darauf vermutlich wieder ein großer Schritt kommt. Also S-Jahr muss nicht unbedingt langweilig sein. Ich finde sogar ehrlich gesagt, dass die S-Jahre mit die besten Jahre beim iPhone sind. Denn Neuerungen, die meistens eingeführt werden, wie zum Beispiel die Tetra Prisma Kamera und andere Dinge, werden meistens im S-Jahr dann nochmal verfeinert und verbessert, da Apple aus der Kritik der Nutzer natürlich lernt und das Ganze dann dementsprechend umsetzt. Also das kann durchaus sein, dass das iPhone 16 Pro ein durchaus spannendes Modell wird. Aber ich bin mal gespannt, falls die Gerüchte stimmen und wir neue Größen bekommen und die iPhones nochmal eine Ecke größer werden, ob die Kunden das dann dementsprechend annehmen werden. Es wird natürlich viele kritische Stimmen geben, denen das vielleicht nicht so gut gefällt, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die große, breite Masse das vielleicht durchaus positiv annehmen wird, denn große Smartphones sind nun seit ein paar Jahren im Trend. So, ich würde sagen, das dürften die fünf großen Highlights des iPhone 16 Pro sein. Ich werde mich dann natürlich etwas näher zum Launch nochmal genauer dazu äußern und dann nochmal alle aktuellen Gerüchte zusammenfassen. Aber ich glaube, das ist eine durchaus gute Preview für den Herbst in diesem Jahr und ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Zuschauen. Und wenn euch weitere Gerüchte rund um Apple interessieren, an dieser Stelle auch den Hinweis, werde ich euch unten verlinken. Ich habe noch einen eigenen Kanal, wo einmal die Woche ein News-Format erscheint. Da bleibt ihr dann jede Woche um Freitag um 18 Uhr auf dem Laufen. Falls euch sowas interessiert, schaut auch gerne mal vorbei. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.